Mit Title Update 4.0.0 wurde in Ghost Recon Breakpoint das Set Taktische Ausstattung Charlie eingebaut. Hier möchte ich dir dieses Set gerne im Detail vorstellen. Los geht's! Das Set Taktische Ausstattung Charlie kostet in meiner Vorab-Version, die ich hier aktuell spiele, 1100 Ghost Coins. Dieser Preis kann sich allerdings in der Release-Version noch ändern. Ob das passiert, weiß ich nicht. Wie gesagt, in meiner Version 1100 Ghost Coins. Das Set besteht aus sechs Teilen. Der Cry CPC-Weste. Dem Einsatzhemd Cry G4 hochgekrempelt. Dem Helm Team Wendy Exfil Ballistic bedeckt. Der Totenkopf-Sturmhaube. Ich finde das Teil ja so geil. Ich glaube, das ist mein absoluter Favorit an diesem Set. Außerdem drin ist die Combat-Hose Cry G4 und die Sonnenbrille Revision Stingerhawk. Alle in diesem Set enthaltenen Ausstattungsteile können farblich angepasst werden. Der Helm, die Weste, die Hose, die Sonnenbrille, das Oberteil und sogar die Maske. Aber wenn du mich fragst, die Maske muss einfach schwarz bleiben. Ja, also ich finde dieses Set wirklich, wirklich sehr gelungen. Der Helm sieht jetzt so mit Knopf im Ohr-Headset nicht so geil aus, meiner Meinung nach. Aber ich finde mit so einem normalen Headset, also mit Ohrmuscheln, passt das Ganze schon richtig, richtig gut. Und ich nehme jetzt mal hier das Opscore AMP, dessen Farbe auch angepasst werden kann, by the way. Ja, so sieht das Ganze schon viel besser aus, finde ich. Denn da sind diese runden Aussparungen an den Seiten durch das Headset befüllt. Ja, schreib mir gerne mal in die Kommentare, was du von diesem Set hältst. Wie gesagt, mein absoluter Favorit ist diese Sturmhaube mit dem Totenschädel. Und auch die Sonnenbrille finde ich ziemlich cool. Ein Cry-CPC habe ich mir auch schon lange gewünscht. Von den anderen Gegenständen jetzt so, ja gut, auch das hochgekrempelte Cry-G4-Einsatzhemd ist mega cool. Denn dann können wir endlich mal, ja, Tattoos ausrüsten, die dann auch wirklich gesehen werden. Ja, wie gesagt, schreib mir gerne in die Kommentare, was du von diesem Set hältst. Und dann abonnieren, Glöckchen aktivieren, nicht vergessen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns. Bis dann, mein Freund.